Musik Jo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin, Leute! Und wie ihr sehen könnt, ist es schon recht spät bei mir. Also entschuldigt, falls ich etwas müde bin. Jo, im letzten Part, was haben wir da feines gemacht? Wir sind ins Überlebensareal gegangen und haben ein paar Trainer zusammengetreten. Und ja, das habe ich großartig gemacht. Ich war noch im Pokémon Center. Und ich hoffe, dass wir jetzt keinen Doppelkampf entfacht haben. Nein, haben wir nicht. Super. Boah, ich dachte schon, Leute. Naja, und zurück in den Kampf gegen den Vogelfänger Verona. Das ist die Verona-Feldbusch mit Schwalboss. Und wir haben Legern. Hä? Lol, passt ja. Ja, ne? So von wegen Legern mit Eissturm so. Oder Eisangriffen generell. Mit Blizzard. Notsituation, ja? Notsituation. Was ist denn das für ein Pro-Skill? Erstmal dickstens Blizzard ins Gesicht. So gehört sich da, ey. So gehört sich da. Erstmal dickstens Eistür trinken. Oh, yeah. Und auch Schwalboss geht down, weil, ne? Ist ja klar, Eis hat Vorteil. Gehört bestimmt immer meinen Button smashen. Ich finde das voll cool. Ich finde, es hat so ein richtiger, so ein Zocker-Effekt. Für den Hintergrund. Pokémon wechseln. Porrenta ist kein Flug-Pokémon. As far as I know. Dürfte Porrenta als Normal-Pokémon zählen. Deswegen kommt Neo-Silence-Team. Ich werde nie wieder ein K-Pilz benutzen. Dieses Pokémon ist so schwach. Himmel-Heap und es zieht durch. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, es war nicht effektiv und nicht dingens. Also es ist Flug-Normal. Ja, normal, ne? Voll normal. Ey, voll geil, ne? Ey, voll Porrenta platt gemacht, Alter. Naja, jetzt sind wir erstmal... Das nix zu los. Und dann kommt der Dritte im Bunde. Nicht in der Bundeswehr im Bunde. Taubos. Interessant. Der kriegt natürlich wieder was von Legan auf die Mütze. Ja, aber uns hat man Mütze und nicht Mütze. So. Ich fand Taubos ist immer einer der coolsten Vogel-Pokémon meiner Meinung nach. Wagt mich nicht, wie ich auf diese Idee komme. Oh, Luftschnitt. Ah, shit, der Kack ist auch noch sehr effektiv. Jetzt wird Legan bestimmt sterben. Nein, oh, es hat überlebt. Und Blizzard trifft. Epischer kann's nicht kommen. Auch wenn wir Legan in diesem Kampf fast verloren hätten. Dadurch, äh, ja, dass wir ordentlich eins auf die Fresse gekassiert haben hier, ne? Boah, Leute, ey. Weg mit Taubos. Die Trainerkämpfe ziehen sich aber auch immer länger irgendwie. Also irgendwie sind die Trainerkämpfe... ...unglaublich... ...in die Länge gezogen. Und dann... Ah, was mache ich denn im Menü? Bin ich beschwört? Ich mache jetzt einfach mal Just for fun, Türkei an die Front. Haben wir jetzt alle Träne eigentlich besiegt? Wo Ende der Region? Ah, da Höhen! Im deutschen Sagen die Höhenregion! 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 Ja, ich bin verrückt. Ihr wisst's aber schon. Also ist nichts Neues für euch. Ähm, äh, okay, ähm... Woher im Text... Oh, Kampf! Wilder Kampf! Ein wildes Ursa-Ring! Voll wie ein aggressiver Bär aus. Du bist ein bisschen komm, ey. Bisch voll in Kormor. Oh, das ist ein Gebäude und alles. Okay. Jetzt kommt schon wieder Kampf an. Ah, da ist bestimmt ein Item. Das ist immer so. Da unten hinten war bei Zerschneider-Dings. Boah. Starabdor Level 80. Übertreibt, warum nicht gleich Level 350? So ein wildes Pokémon auf Level 80. Ey, komm. Ja, okay, was ist das? Es gab ja schon Schlimmeres. Äh, komm, Flucht gescheitert. Jetzt macht er Nahkampf. Wieso macht er nicht gleich, äh, hier, ne? Irgend so ein Megaskill, so Raumeschlag oder wie die Kacke heißt. So überdriven. Flucht gescheitert? Willst du mich verarschen? Flucht gescheitert? Sehr effektiv. Jetzt sind wir so down bestimmt. Ich kack dem so dick in den Briefkasten rein. Ey, komm, verarsch mich nicht. Ja, Starabdor wurde vom Rückschlag getroffen. Ja, freu dich. Kauf den Dalit davon. Meine Güte, ey. Ich mach jetzt Heimdall drin. Er dürfte eigentlich nicht viel Schaden trinken. Oh, du bist entkommen. So gnädig ist dieses Spiel. Wir haben einen Riesenpilz gefunden. Leute, für was ist überhaupt dieser Riesenpilz da? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Komm, kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf. Gut. Oh, da ist so ein Heimdall. Den trete ich jetzt zusammen. Ey, du, gib mir dein Schulbrot. Gib mir sofort dein Pausenbrot. Ich bin mal auf Patrouille, ey. Das ist mir egal. Ich will einen Brezel haben. Gib mir deine Brezel. Das ist auch noch mit dem Panzer-Aeron der Ranger, ne? Das ist so eine Schulaufsicht, so eine Schulhofsaufsicht, ne? Aha. Aha, aha, aha. Panzer-Aeron. Was machen wir denn gegen den? Meine Güte. Dann können wir fast nichts machen. Ich knüppel jetzt einfach irgendwas auf den drauf. Komm, hier, Drachenpuls in dein Gesicht rein. Das wird... Oh, nicht so effektiv. Oh, das ist ja immer ein total... Schlitzer! Schlitzer! Was ist das denn für ein Move, ey? Panzer-Aeron, übelstes Pokémon mit Schlitzer! Wie kaputt kann man sein? Oh, ja, komm, warum nicht gleich hier so zerschneider und so, ne? Na, okay, jetzt müssen wir erstmal hier, bevor wir hier Blödsinn machen, die ganze Zeit mit Schlitzer und was weiß ich. Laden wir erstmal unseren Takaya wieder auf. Die Kampfmaschine schlechthin. Stahlfliegel! Jetzt wird man wahrscheinlich tot. Nein, sind wir nicht. Komm schon, Sparta ist ein echter Mann. Nur echte Männer wie Sparta können überleben im Kampf und Krieg. Ich bin mal gerade überlegen, ob ich so einen von meinen typischen Witzen reinbringe, so, mein typischer Spruch. Aber dann hieß es, der BD hat sich rechtsradikal und bin ich erworben nicht auf gar keinen Fall aber ich lasse den Witz trotzdem bei mir in der Hosenphase statt und der Hosen fassungsdecken du ihr merkt schon ich bin so geisteskrank schon drauf noch schlimmer als in anderen Parts ja aber wir haben den richtigen Typ hier rausgeholt sozusagen ja noch mal Kaskade in your face ohne Kaskade sollte normal schaden was sind Luftschnitte Luftschnitte so eck auch so und dicksten Surfer ins Gesicht Tsunami hier und Panzer Aeron ist endlich da ich weiß jetzt nicht wie lange wir am Panzer Aeron gesessen sind aber er ist da und du und fahren du und fahren wenn Leute kennt ihr dieses Lied von Superrich das Allianz Alli so voll geil ich mir vorhin mal wieder angehört der Lippe ich weiß nicht wie ich drauf gekommen bin irgendwas wegen Don von Jahr und die Oma ist die Köln der Bonbonz die Oma ist so genial das waren noch Zeiten als seine Musik noch lustig war der Steuersong von Gerhard Schröder die meisten von euch werden wahrscheinlich nicht mal wissen wer Gerhard Schröder ist ihr werdet jetzt wahrscheinlich gerade ihr werdet jetzt Wikipedia gerade aufmachen Gerhard Schröder was ist denn das für einer gewesen? ach so der war der bei der SPD der war mal der Bundeskanzler bevor das kräuter Unheil über uns gekommen ist Leute ich sag nur eins wenn ihr glaubt immer geht es nicht mehr kommt irgendwo ne Merkel her ok gut das ist immer eine Meinung hallo überlegt mal wir spielen hier Pokémon und reden über politische Thema Themen Thema über politische Themen total oh mein Gott leitet ihr mit ja sehr effektiv und dann zieht es vielleicht zwei ja gut mega sauber ist vielleicht auch nicht gerade so ne der Burner na dann nach einem Saal hätten wir mal lieber eine Roku dabei gehabt die kann wenigstens irgendwelche was weißt du nicht für Skins Pflanzenmoves Amnesie was steigert der eigentlich? ja Spezialverteidigung übertreib Hydro Pumpe ja Hydro Pumpe übertreib und jetzt nur ein bisschen One Hit Down ne ich dachte schon Hydro Pumpe Hydro Pumpe naja Leute ums so wieder Eistee getrunken jam 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 noch einmal Hydro aber es ging daneben ich wollte schon sagen ey wieso macht der nicht gleich äh hier ne irgendwas so ein Mega Move mir fällt jetzt kein Mega Move Move ein deswegen haben wir nix gesagt jetzt kriegst du ein Adbeben in dein Gesicht was Hydro Pumpe übertreib schlimmste Leben ach komm ach joo komm wir jetzt Adbeben ziehen von der Socken schick die Glocke und weg vom Fenster da lehrt die ist ja alle erlernt da lehrt das klingt als würde man sagen alle alle das englische Wort nur französisch und nöt mit Pokémon äh da von da kommen wir doch, oder? keine Ahnung, nein, von da kommen wir auf gar keinen Fall ja dann sollten wir vielleicht erstmal unser Team so ein bisschen auffrischen ja mit Drachenzahn ist ja logisch, ne so dickens Drachenzahn in die Fresse du, wenn du, wenn der, wenn der einen Zahn verliert, kriegt er erstmal von mir einen Drachenzahn rein, ey dann musst du zusehen, wenn du, wenn der zu mir besitzt, doch dann musst du euch schon ein kleines nur wenn da vorstellen also also in so aus dem Lieden lebensender Staubsauger und leitere zu riesigen Zahn in der Fresse total geisteskrankt was ich hier nach war intend aber Leute das ist ja toll ne so kann man mit euch immer so ein Zeug labern händer im Vorfeld So, fertig. So. Okay, dann gucken wir uns den nächsten Heino an. Ich merke schon, das werden noch einige Parts, bis wir dieses scheiß Überlimms-Areal hinter uns gebracht haben. Oh Gott, stark. Ich verarsche mich nicht. Betroa von Staraptor. Ihr wisst natürlich auch Legan die Kampfmaschine. Der macht immer so einen geilen Saund. Da gibt's auch so ein geiles Pokémon. Oh, Sturzflug betreibt. Kommt nicht mehr schön, Warren. bei der fünften Generation gibt es auch so ein geiles Pokémon und ein Krokodil wie hieß denn der nochmal ich weiß es nicht ich weiß nur was er macht und ich weiß dass ich stinkzauer bin Staraptor ich werde deine Adresse rausfinden ich werde mit dir vorbeikommen und dir richtig dick im Briefkasten anscheißen ohne Spaß du wirst dich so wundern wenn du morgens dann mit deinen Hausschuhen runter gehst und dann ist da erstmal so ein dicker brauner Klumpen in deinem Briefkasten da war ich so ähnlich zu wollen Leute okay dann kommt erstmal Neosan in Kampf wir müssen schneller sein als der Heide sind wir natürlich nicht und Neos hat ist verdammt noch mal One Hit ich könnte so kurz nicht können den ganzen Tag nur noch kurz nicht wird nur noch am kurzen übelst kurz immer nur noch kurz Oh ok das ist schon mal besser ja aber wir haben jetzt ein ganzes Pokémon dafür Opfer Leute ich bin so froh wenn wir Oh nein jetzt Oh Gott jetzt habt ihr so ein blödes Fenster gesehen ich glaube nicht ey wartet mal ganz kurz ja sorry Leute jetzt wisst ihr zumindest mal dass ich Winde Windows ja Winde ich habe Winde ich habe Winde 7 ja jetzt im Glück habt ihr nichts besonderes gesehen so ne so meine geheimen Geheimnisse Sturzflug ich halt aggressiv Leute ne aber ähm ja sorry ich bin irgendwie auf die Windows Sassen komm ich hoffe dass das nicht im Bild ist und wenn tut mir very sorry ach komm übertreib ganz ehrlich oh man ey ist der behindert das sieht irgendwie aus wie so ein weiß nicht ey voll der Eben da oder Elvis ja seine Freundin sind wieder neben mir aber ihr kennt das Verfahren sie kann nicht mit sprechen noch nicht um ja was noch mal zu wissen was ganz was da einsetzen ganz drauf geachtet er hat sie gerade geschrieben also ich glaube dass wir wenigstens im Kampf sterben werden ich habe keinen Bock auf und sterben Leute sterben ist nicht so meine Devise ach komm deine Eltern sind noch Geschwister Skogro ey ohne Spaß komm Knirscher dein Gesicht ist natürlich nicht so effektiv ne ach komm aber senkt die Verteidigung und es hagelt in der Face rein letztens ich war auch am Bahnhof da habe ich so ein Schild gesehen oder so ne so ne Meldung größtes gemessenes Hagelkorn aller Zeiten was schätzt ihr wie groß war das Hagelkorn was glaubt ihr soll ich euch sagen 17 Zentimeter was ist das für ein Hagelkorn scheiße man was zum Geier nehmt euch mal den Jahr und guckt mal 17 Zentimeter was ist das denn bitte alter Schwede was haben die da wo haben die das gefunden auf dem Mars oder was ach Top Genesung ich hasse dich Skogro ich hoffe dass du stirbst an so einer ganz elenden Krankheit oder so ey ohne Spaß oh man naja okay Verteidigung wird ja immer gesenkt und so ne jetzt müssen wir krass überleben so richtig krass fett oh man Parts werden immer länger ey ähm ich hab grad Johannisbeere gelegen ich dachte schon so ok und da mach ich jetzt kurz Ding zieh ach komm zieht durch ja Leute ich weiß Asynchronität ne ihr hasst mich dafür ich weiß aber Skogroos tot oh er hat immer noch ein Pokémon was ist denn das jetzt komm jetzt Letterkin Gott der Popelt Alterle was ist denn das so ein Ding Strafattacke was ist das was heißt Strafattacke bist du dumm oder was meine Güte Leute ihr merkt schon heute bin ich wieder super drauf ey ey super drauf komm jetzt macht das so gut wie gar nix ne oh komm übertreibt man nur weil er popeln kann oder was das die Sitzung erbinden auch vollends für die Lustig nur sieht man ja der vollends ein 24 Stunden man leute es habe die Information die ist noch nicht nur meine Güte Part für Part 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 für Part kommt es hart auf hart Dreschpflege bitte nicht sterben ach komm das ist doch es ist doch nicht mehr legal in Deutschland ohne Spaß es ist doch gar nicht mehr legal ich komme jetzt macht er irgendeinen Trank oder so jetzt kriegt aber erst mal von Sparta eine rein danach habe ich noch den Geierdevil und eh ja ich weiß der Part ist schon ziemlich lang so und weg damit also das ist ja jetzt haben wir ihn weggehauen ich gucke jetzt mal was hier oben noch kommt ganz kurz weil ist ja eh schon über die Länge kann ich mich da ausruhen Der gibt mir einen Tafel, oh bist du lustig, Tafel was? Aber eine Poco und dann vielleicht 300 KP oder so Und das hält 60 Moment, ich will nur gucken, was da noch kommt Ohne sich einen Trainer reinrennen Ja, okay Leute, alles was hier noch kommt, sehen wir erst im nächsten Part Augenblick So Leute, dann geht der Part hier langsam zu Ende Wir kommen noch zur Zuschauerfrage Ich hab eine tolle Zuschauerfrage für euch Und zwar, welchen Professor aus welcher Generation habt ihr am coolsten gefunden und warum Und ich muss noch dazu sagen, ich find irgendwie, jetzt hatten wir alles als Professoren Der nächste sollte irgendwie ein Farbiger sein oder so Ein Farbiger-Professor, find ich cool Fehlt irgendwie bei Pokémon auch, find ich so Find ich total schade Ja Leute, wir sehen uns im nächsten Part Bis dahin, ciao, ciao Bis dahin, ciao